Leilei, hellau oder tri-tra-tro-trofeiacher. Ganz nach diesen lustigen Narrenrufen wurde am vergangenen Wochenende die lang ersehnte fünfte Jahreszeit, nämlich der Fasching in der Stadtgemeinde Trofeiach eröffnet. Ein kunderbuntes Programm hat am Sonntagnachmittag in der Sporthalle Gei für alle Kinder und Eltern gewartet. Wir haben heuer den vierten Mal, dass wir den Kinderfasching veranstalten. Und heuer ist das Programm, dass wir ein Schattentheater für die Kinder aufführen. Ich glaube, das wird ein Höhepunkt für die Kinder sein, wo wir auch versuchen, dass wir ein bisschen die Kinder hinführen zu weniger Gewalt. Ein sehr liebes Stück, das wir da aufführen und ich glaube, das wird ein Höhepunkt werden. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder von klein auf das lernen, dass man einmal ausgelassen sein kann, dass man Spaß haben kann, dass man sich mit Freunden trifft und einen schönen Nachmittag verlebt. Und bei diesem aufregenden Nachmittag sind so einige lustige Kostüme aufeinander getroffen, wie ein Fliegenpilz auf eine Biene, ein Dracula auf eine Pipi Langstrumpf oder auch ein Einhorn auf einen hungrigen Piraten. Du bist heute beim Kinderfasching. Als was bist du verkleidet? Als Pirat. Und warum? Weil Piraten cool sind. Und du hast deine Freundin mitgebracht. Als was bist du heute verkleidet? Hexe. Du bist als was verkleidet? Als Handballer. Warum denn das? Weil ich ein Handballer bin. Das heißt, du bist heute nicht nur Handballer, sondern auch außerhalb des Faschings? Ja. Was hast du dir denn für ein Kostüm überlegt? Ich habe mir ein Hexenkostüm überlegt, weil ich eine Katze daheim habe. Eine Babykatze habe ich als Trock und darum habe ich ein Hexenkostüm. Sehr schön. Und ihr zwei habt ein identisches Kostüm. Was genau ist das? Das ist ein Hippie. Ein Hippie. Und warum? Weil es schön ist. Und die vierte im Bund. Ich glaube, das schaut ein bisschen wie Dracula aus, richtig? Ich bin ein Vampir. Und warum bist du ein Vampir? Weil mir das so gefallen, weil ich den mag. Als was bist du verkleidet? Als Draculaura von Monster High. Und warum? Weil Fasching ist. Und als was bist du verkleidet? Ich bin aus Flänke vergleit für Monster High. Einmal mehr ein schönes Fest für die Kinder der Stadtgemeinde Trofeiach hier in der Sporthalle Gai. Aber nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Eltern. Ein gelungener Nachmittag mit viel Spaß und Unterhaltung. Musik 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 Vielen Dank.